Sie drehen gerade in Vorarlberg für Ihren aktuellen Film Landliebe ist der Arbeitstitel. Sie spielen darin zwei Agrarwissenschaftler. Wäre das auch für Sie eine Berufsvorstellung im echten Leben gewesen? Nein. Naja, also solange ich noch was anderes machen kann. Nein, also es lag nicht in der näheren Auswahl. Nein, nein. Frau Simon, Sie stammen ja aus einer großen Stadt. Ist es eine große Umstellung für Sie hier jetzt auf dem Lande zu sein? Nein. Ich freue mich daran. Ich finde das ganz toll, die Ruhe und das Land. Sie selber stammen ja aus dem süddeutschen Raum, Herr Riefenstein. Fühlt es sich eher wie zu Hause an für Sie hier? Es ist ein bisschen Heimspiel, weil ich ca. eineinhalb Stunden entfernt von hier aufgewachsen bin. Ich kenne Süddeutschland, kenne das Allgäu, wo wir überwiegend drehen. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Und ich finde es wunderschön und traumhaft, hier zu drehen und zu arbeiten. So ein Arbeitstag ist sicher sehr lang. Wie ist die Stimmung auf dem Set? Ganz gut. Wir kloppen uns. Wir lieben uns. Wir lachen viel, hoffe ich, oder? Ja, nein. Da haben sich gute Leute zusammengefunden. Für diese anstrengende und kurze Zeit ist es immer wieder schön und glücklich, wenn doch sich die Menschen mögen. Auf was darf sich denn der Zuschauer freuen? Also ich würde sagen, auf eine spannende Geschichte in traumhafter Umgebung mit hervorragenden Schauspielern. Ja, gutes Schauspiel.